Studien lassen sich ja immer unterschiedlich interpretieren. Bei der Erklärung des Justizministers Buschmann musste ich aber doch lachen. Der hat nämlich bezüglich der Studie der Oxford Economics erklärt, dass die Mietpreisbremse nicht dazu geführt hat, dass sich das Gesamtangebot an unmöblierten Wohnungen verringert hat. Nur die Anzahl der inserierten Wohnungen ist zurückgegangen, so Buschmann, weil unmöblierte Wohnungen zunehmend unter der Hand weitergegeben werden, ohne inseriert zu werden. Deshalb der zunehmende Anteil an möbliertem Wohnraum. Also wie der Minister auf diese Erkenntnis kommt, ist mir schleierhaft. Das erinnert mich schon an Pipi Langshofs Motto, ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt.